jo leute neues video ich bin der jonas und heute in dem video soll es um kamera qualität gehen ich habe nämlich eine neue gopro gekauft weihnachten ist rum und da muss man sich mal was gönnen gopro hero 9 black am start und ja heute geht es darum gehen was das teil kann einfach mal euch paar clips liefern und ihr könnt gerne mal schreiben wie es euch gefällt ja ich bin heute in heidelberg zusammen mit dem jojo der vertaufen und plus components auch ein teamfahrer und ein local hier und ja es schneit richtig premium mir gefällt es übel richtig bock im schnee zu fahren und ja schreibt mal in die kommentare wie euch die clips gefallen ich mache relativ viel mit der gopro heute das ist auch schon mit der gopro gefilmt 2,7 k 60 fps in superview mit hypersmooth 3.0 genau meine settings schreibt mal rein wie es euch gefällt und jetzt geht's los viel spaß ja 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 hallo oh hallo Gönn dir. Gönn, Jamin. Das geht. Alter, das war mir zu lang. Junge. Wow. Wow. Oh, das ist noch nicht. Oh, holen. Haha. Junge, der traut sich was. Wow. 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 Ja, Leute. Mega Winter Wonderland gerade. Ihr seht es. Es schneit. Richtig. Ich trete gerade ein letztes Mal hoch zum Auto. So. Der Jojo wird mir jetzt ein paar, der Fahrtechnik Trainer bei einer Mountainbike Fahrtechnik Schule. Und der hat gerade vorher ein paar Labs mit mir gemacht und mir ein paar Skills gezeigt. Da sind wir ein paar Mal hintereinander den gleichen Trail gefahren. Um einfach ein bisschen zu üben. Das werden wir jetzt nochmal machen. Das seht ihr jetzt. Und jo. Wir sehen uns dann denke ich gleich nochmal oben zum Schluss, wenn ich im Auto bin. Bis dann. Ja. Jo. Oh, Junge. Haha. Alter. Das ist doch Oh weiter alter alter du assi ja 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 das war mit mal für euch wir sehen uns gleich wieder auf dem trail jetzt wird unser Rad noch dreckig ja ja colorful züchtet ja 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 Oh, Muddy Geil! Geil! Oh, Alter! Ah, hier sieht man mal wieder ein bisschen. Ich verscheibe mich immer an dieser Stelle. Oh! 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 Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Jo Leute, gerade jetzt wieder auf dem Träger, Schluss für heute. Es schneit immer noch, wie verrückt Richtig geil, richtig cool Ich fahre nach Hause, ich hoffe euch hat es gefallen Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die GoPro Clips gefallen haben Ob es besser ist, wie mit der Hero 7 Und ja, ich würde sagen, ich hoffe euch hat das Video gefallen Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr Heute ist nämlich Silvester, der 31. Dezember Und kommt alle gut ins neue Jahr Und ich hoffe wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder Bis dahin, macht's gut Leute, haut rein Und dann, let's know, tschüss